Und damit herzlich willkommen zurück zu Anthem hier bei Explorer IP, schon was du eingeschaltet hast. Letzte Folge haben wir zwei Expeditionen gemacht und wir werden die jetzt abgeben und uns großartig jetzt erstmal nicht mit Gesprächen aufhalten. Und hoffen, dass wir... Ich hätte eh nicht da drin rumbohren sollen. Okay. Wollen wir den befreit oder so? Weiß? Ja. Was wollte ich sagen? Also keine großartigen Gespräche führen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir geben jetzt die Queste ab für die zwei Expeditionen und hoffen, dass wir eine neue Expedition kriegen. Wie? Oh, Sie sind es. Hallo. Geht es Ihnen gut? Natürlich geht es mir gut. Alles ist bestens. Wir haben nur ein paar Lenzer verloren. Ich habe Sentinels zu weit hinausgeschickt. Weit über die Patrouillengrenzen. Sie kannten das Risiko, als ich... ...als ich... ...sie losgeschickt habe. Sie können sich nicht die Schuld daran geben, Bryn. Das kann ich und das werde ich. Sie haben alle nur Ihre Arbeit gemacht. Irgendjemand muss die Verantwortung für das Geschehene tragen. Sie und ich hatten zusammengearbeitet und Sie haben es so machbar aussehen lassen. So möglich. Bryn, ich... Ich dachte, wir kämen ab jetzt gut allein zurecht. Jeder trifft einmal falsche Entscheidungen. Auch die Besten von uns. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Viele meiner Freunde sind mit mir ins Herz des Zauns gegangen und nicht zurückgekehrt. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Sie können sich wegen der Sache selbst fertig machen, klar. Aber wem hilft das? Nein, Sie haben recht. Wie haben Sie das überwunden? Was glauben Sie, wie die Antwort auf diese Frage lautet? Ich glaube, am besten wäre es zu trauern und Buße tun. Ich weiß, was Sie tun, Freelancer. Sie haben das vielleicht schon bemerkt, aber ich bin... Nicht daran gewöhnt, in schweren Zeiten jemanden zum Zuhören zu haben? Ich habe nie einen Sinn darin gesehen, über Gefühle zu sprechen. Aber wenn ich mit Ihnen spreche, kann ich fast verstehen, warum die Leute es so gerne tun. Das ist das schönste Kompliment, das Sie mir je gemacht haben. Dann gibt es eine neue Mission. Das sieht fast so aus. Freelancer, ich habe eine Idee. Ihnen auch einen schönen Tag, Brynn. Entschuldigen Sie. Hallo. Wie dem auch sei, hören Sie zu. Ich finde, deshalb wollte ich Sie fragen, ob... Es macht den Sentinels nichts aus den... Wenn genug Leute auf Sie schießen, wenn Sie einen treffen, sollte es keine Probleme... Okay. Sehr schön. Die haben wir... Ähm... Musste doch jetzt noch eine zweite sein. Das ist die Hauptquest. Äh, unten war das, ne? Bei dem... Glatzenpeter. Weiß den Namen. Kannst ja nicht jeden Namen merken hier. Ich bin in der Enklave. Keine Spur von Havoc. Finde ihn, bevor er etwas Dummes anstellt. Ich höre mich mal um. Okay. Genau, wäre was. Dix ist ein Gesetzloser. Bro. Das war ja... Ein verdammter Gesetzloser. Und wir haben ihm auch noch geholfen. Den Akkanisten. Geht es gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Ich fürchte, sie werden den Freelancern nicht mehr so bald vertrauen. Das ist verständlich. Und das, als wir gerade so schöne Fortschritte gemacht haben. Was wissen wir über diesen Dix? Nicht viel. Steckte sicher hinter diesen Gesetzlosen bei den Gräbern. Ich erinnere mich, dass einige Freelancer links fehlten. Genau. Darüber könnte er von Aufträgen erfahren. Und vielleicht noch mehr. Feigling. Er weiß nicht, was er damit anrichtet. Wir müssen nach allem Ausschau halten, was Dix eventuell als Ziel betrachten könnte. Stimmt. In der Zwischenzeit musst du mit deiner Arbeit fortfahren. Sie ist wichtiger denn je. Gut. Gibt es eine neue Mission? Keine. Hm. Was haben wir denn jetzt? Zwei. Wo müssen wir denn da hin? Was ist? Freelancer am Boden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wollen wir jetzt nochmal kurz gucken? Scheint ja irgendwie... Aber ihm? Ach, das... Hm. Sagt er sowas wie, dass die Zeit knapp wird und dass er mit Kommandant Wuhl reden würde. Das gehört noch zur Augenquist. Faye, hörst du das? Ich bin unterwegs zu Wuhl. Warum spricht Hallock mit den Sentinels? Er hackt irgendwas aus. Brrrr. Oh Gott. Gut. Gut, dann starten wir jetzt die Mission. Das können wir jetzt von hier aus. Wir müssen ja nicht mehr weit weg. Plups. So. Äh... Sentinel-Kollaboration. Bitte. So. So. Wir haben jetzt mehr in der Gruppe sind. In der letzten Folge waren wir... In der zweiten Expedition in der letzten Folge waren wir... Okay, ich bin verstanden. Sieht aus, als wären die Sentinels von SCAR gefangen genommen worden. Befreien Sie sie! Da sind die da nicht so zu weit. Keiner muss die Nähmelschule machen. Wir sind zu Glück. Sorry. Nix gesagt. Ich dachte, es wäre aus. Danke für die Rettung, Freelancer. Wer schießt? Wer schießt? Oha! Alle Sentinels sind frei. Okay. Erwecken Sie besser sämtliche aktive Feinde in der Nähe. Ganz abgeschlossen. Gebiet gesichert. Wir sind noch nicht fertig. Ich brauche Ihre Hilfe für eine weitere Sentinels-Faktor hier. Sie wird angegriffen und braucht Verstärkung. Das ist krass. Punkt der Arbeit. Das letzte Geschütz der SCAR ist außer Gefecht. Oha! Tut da noch. Jetzt wird es weniger. Ich bin genau. Was ist das? Es hat geklappt. Der Skarjäger ist hier. 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 Das war wirklich hilfreich. Die Sentinels schätzen die Unterstützung Freelancer. Der Skarjäger ist hier. Der Skarjäger ist hier. Der Skarjäger ist hier. Nach dem Ladebildschirm versteht sich. Ein Dankesblick weitgeschaltet. Oh, schicke Rüstung. Hoinou. Tja, go best. Ich sehe aus wie Okay. Verlore da bleibt es noch nicht. Okay. Verspringt. Ja, da gucke ich hin. Na ja, mal. Äh, Vautasus. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir für's Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, hier nachdem man nur die Folge hier siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao. Mal. Mal.